Nein, du ziehst kein Baderock an. Zieh mal die an. Die ist richtig schön. Die haben sogar auch mal Prinzessinnen getragen. Das weiß ich noch. Nein. Doch. Nein. Doch. Das ist eine Prinzessinnenhose. Was ist das? Das ist ja so wie schlafen gehen. Nein, das ziehst du nicht an. Nee, nee, nee. Das kommt mir nicht in die Tüte. Hier, die ist cool. Das ist doch auch eine Leggings. Komm schon. Das haben auch richtig viele Prinzessinnen immer getragen. Kennst du Prinzessin Rosalinde? Nein. Kennst du die? Prinzessin Rosalinde war in Deutschland, also hier, wo wir leben, die größte und schönste Prinzessin. Und ich weiß, dass die genauso eine Hose hatte. Hast du die gesehen? Ich habe die gesehen, ja. Ich kenne die noch. Und getroffen. Ich habe die auch getroffen. Deswegen zieh die an. Wer weiß. Vielleicht sieht Rosalinde, dass du dieselbe Hose an hast wie sie. Komm. Mega. Mega.